Aber heutige Christen wollen wahrscheinlich glauben, dass Jesus, diese Passage, die ich euch zitiert habe, Matthäus Kapitel 23, dass Jesus das so gepredigt hat wie Joel Osteen. Vielleicht kennst du Joel Osteen, der wird auch auf Deutsch übersetzt leider. Oder wie Joyce Meyer, wie all diese Wohlstandsprediger. Und ich lese euch jetzt mal vor, wie Christen glauben wollen, wie Jesus diese Passage gepredigt hat. Wie ihr euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmale der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Ottern gezüchtet, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen, Herzchen? So denken wahrscheinlich, und das war jetzt natürlich, es war eigentlich gar nicht so überschwitzt. Denn ungefähr in so einem Tonfall, so lasch, so weichgewaschen predigen einige. Das ist keine Predigt. Und so denken wahrscheinlich viele Christen heutzutage, dass Jesus gepredigt hat. Einfach nur Liebe, einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen, einfach nur Gnade. Ja, Gott ist Liebe, aber hast du schon mal die Bibel gelesen? Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Bibel ein sehr negatives Buch ist? Ist dir aufgefallen, dass es gerade in den Propheten im Alten Testament um Gericht, Gericht, Gericht geht? Hölle, Feuer und Schwefel? Die Bibel ist ein negatives Buch. Warum? Weil diese Welt negativ ist. Die Bibel ist nicht wie die Bhagavad Gita zum Beispiel. In der Bhagavad Gita, in diesem hinduistischen Text, geht es im Grunde genommen darum, wie jemand high ist auf Drogen und tolle Erfahrungen hat in Ekstase. Also völlig realitätsfern dagegen. Die Bibel ist ein negatives Buch, weil die Realität negativ ist, weil Sünde ekelhaft ist, weil die Bibel Sünde eben überaus sündig macht. Und wir als Prediger müssen Sünde überaus sündig machen, ansonsten predigen wir nicht treu die Bibel. Ansonsten predigen wir an der Bibel vorbei, wenn wir Sünde nicht überaus sündig machen. Sünde ist ekelhaft und genauso unangenehm müssen dementsprechend auch manche Predigten sein. Sünde ist ekelhaft und genauso unangenehm müssen dementsprechend auch manche Predigt sein.